Hm. Das hat's vollgebracht. Es sind zwei. Oh, zwei. Ja. Ihr macht mich glücklich. Wirklich. Wie viele sind das? Noch eine Eisbombe. Oh man, das sind wirklich viele. Noch eine Eisbombe. Hey. Repariert. Repariert. Lasst das, Schleimis. Das ist nicht nett. Was ist mit euch? Was ist mit euch? Voll, voll, voll. Ach, das ist die Bass. Treff mich eh nicht. Es sind noch mehr. Ach, klar. Na, ich werde nicht mit euch kämpfen. Wo findet es deine Perle? Hi, Schleimis. Ich meine, das will ich euch nicht antworten. Das ist wirklich langweilig hier. Ja. Um das ganze Schleimis hier zu kämpfen. Ich meine, was soll das? Bringt doch genau Nüsse. So. So. Und erstmal schändeln wir dich. Oh ja. Sehr gut. So. Was war das? Oh, Moment. Ja, ich weiß noch, was hier ist. Ich weiß noch, was hier ist. Eine Begegnung. Aber diesmal bin ich nicht ganz so schwach. So, mach mal nen Heldenturm. Mach mal eine Wache. So. So. Ah. Ah, Heilin. So. Hier ist es ziemlich scheiße. Nette Inneneinrichtung. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Denn, ich habe gerade das Heulen des Wolfes gehört, das heißt, dass hier Gegner gespawn sind. Und das passiert jedes Mal. Deswegen werde ich mich etwas beeilen mit diesem Dungeon hier. Ich werde nicht zu lange verbringen. Hallo, hier ist nichts. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Hallo. Ich bin tot. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Und hier ist nichts. Gut zu wissen. Okay, was haben wir hier? Mehr Räufe. Oh, wow, viele. Viele schwere Räufe. Kannst ihr etwas mehr treffen? Danke. Ja, bei solchen Typen kann man die sehr schön einzeln ausladen. Oder zu zweit. Oder zu zweit. Ich muss dazu sagen, dass nur die Riesenbeerwölfe diesen totes Schlag verarschen. Und dass diese normalen Räufe, die er nicht auf den falschen gehört hat, Krankheit machen. Ja, das ist alles. So, hab dich gehabt, so was denkt. Oh, ein Riesenbeer. Ich hätte gedacht, das wäre keiner. Na ja, so kann man sich täuschen, aber stirbst du gar nicht. Ist hier was. Leiche. Drei Leichen. Leiche, 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 nur Leichen. Nein, abgelehnt. Mit dem würde ich mich nicht eingelegen. Ja, und hier sind die Gegner. Das sind ziemlich viele. Oh, klasse. Ja, genau. Ich hab mich schon wieder in eine ziemlich miese Lage gebracht. Eine ziemlich miese Lage. Das ist noch nicht ganz so schnell. Aber es könnte definitiv besser sein. Okay, warte mal. Lass mich hier zurückrennen. Hier steht im Weg. Da gibt es noch eine Eisbombe. Was trifft alle? Was hat's vorgebracht? Okay, du heizst erstmal die Krankheiten. Du auch. Du machst Eisstrahl. Du machst noch eine Eisbombe noch. Das ist gut. Jetzt muss ich erst gegen die Schleimes kämpfen. Du hast noch eine Eisbombe nach. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Voll. Jetzt nicht mehr. So. Na. Na, das war doch gar nicht so schwer. So. Danke. Okay. Okay. Es sind doch noch mehr hier drin, nur als ich gedacht habe. Das ist gut. Das ist gut. So. 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 Huuuuhh! Okay. Aber dürft ihr raten, was hier ist! Nämlich Wehrwölfe! Oh Gott, so viele! Ja, klar! Kommt ne! Ich hab überhaupt nichts dagegen! Nein, kommt ne! Ich bin doch nicht immer wahnsinnig! Ich hab gerade noch genug Zeit und das ist heute noch einig, zumindest für dich! So! 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 So!